Teil 9 Jetzt haben wir das Thema Blusen So, und hier seht ihr jetzt eine Bluse aus Italien Hier vorne mit feiner Spitze gearbeitet Auch hier oben nochmal an den Kragen Das gleiche wiederholt sich auch nochmal hier am Ärmel Das ist eine richtig super schöne Bluse Im Rücken, kommst du mal bitte Kann ich hier erstmal die Blusen ganz zeigen? Ja Die Wagi ist wieder 10 Schritte weiter Okay, ich drehe meine Puppe nicht Also, im Rücken auch nochmal ein Spitzen-Einsatz Also wirklich eine wunderschöne Bluse Hier unten gerückt Ja, und das Tolle an der Bluse ist, dass sie nicht nur aus Italien kommt Nein, die Bluse ist Schadstoff geprüft Sie ist aus keiner chemischen Farbe hergestellt Das heißt, sie ist komplett aus pflanzlichen und Naturfarben eingefärbt Also das heißt, sie ist auch für hautempfindliche Kunden oder modebewusste Kunden zu tragen Also ist wirklich eine ganz, ganz tolle, hochwertige Bluse Sie ist jetzt im Moment reduziert von 59 Euro auf 49 Euro Ist ja aber auch wer ist schon alleine, wenn man bedenkt, diese ganz einfärberei, dass das alles aus Naturfarbstoffen sind Gut, dazu habe ich dann passend gewählt Diese Kette Von Mona Von Mona, wow Ja, die ist von Mona für 16,50 Euro Ist auch wieder alles mit Hand aufgearbeitet Dafür ist ja Mona überhaupt sehr bekannt Für seine Feinarbeiten Na, der macht viel auf Handarbeit Also für 16,50 Euro könnt ihr diese wunderschöne Kette errichten Schmuck, viel Handarbeit Einfach ein Hingucker Wir zeigen euch jetzt so ein bisschen was aus dieser Linie Ja, aber so lange nicht alles Aber noch nicht alles, denn ihr sollt ja auch hier reinkommen würde ich sagen Genau Ja, zupassend, sag ich nur mal ganz kurz, haben wir nochmal diese Metienhose Also diese Elastan-Hose, wo man so reinschnüpft Ja, wie ihr seht, hat die einen super Sitz Und die ist eine Fiskose für 39 Euro So Diese Bluse kommt aus Italien Sie ist auch mit pflanzlichen, äh, mit pflanzlichen Farbstoffen behandelt Was ganz schick ist an der Bluse Sind erstmal die seitlich die Spitzen Schau mal Mhm, passend zum Ärmel Mhm, genau, das sind Trompetenärmel Ja Wie man sieht Mhm Das ist richtig toll gearbeitet, richtig schön lässig Ja, diese Blusen sind immer etwas antalliert, so ganz leicht, wie man auch sieht Die vorne mit den Winsen Diese Bluse ist auch wieder Ne, diese Bluse ist aus Baumwolle Aber eine sehr hochwertige Baumwolle Ja, und sie ist reduziert von 59 Euro auf 49 Euro Das ist auch eine ganz tolle Markenware Also einfach nicht hingucken, richtig Das sind alles so ausgefallene Teile Stimmt, du hast ja eine 20% Aktion auf alle Oberteile Ja, die habe ich noch laufen bis zum 30. September 2015 Da läuft hier noch eine 20% Aktion Ja Aber nur auf Oberteile Mhm Ja, also es heißt auf Jacke, auf Tuniken darf es sein Shirt, Pullis Blusen Aber nicht auf Hosen Hosenrücken sind diesmal nicht Mhm Ja, auch diese Bluse hier Die Bluse ist auch wieder wie die ein, wie die vorige Mit pflanzlichen Farbstoffen gefärbt Also ohne Chemie Diese Bluse kommt auch aus Italien Wie die anderen Sachen, die hier sind im Allgemeinen Was sehr hübsches an der Bluse, finde ich, ist auch hier vorne wieder die aufwändige Spitze Mhm Das ist richtig toll gearbeitet Hier vorne auch nochmal mit dem Stoff einsetzen Dass ich den Rücken auch nochmal wiederhole Die ist auch so ein bisschen batig, oder was ist das? Ja, so ein bisschen angebatig Das ist ja deshalb, weil die, also jede Bluse ist sowieso ein Unikat, ne Weil die Blusen sind einzeln mit den Händen sind die richtig durch die Pflanzenfarbe durchgezogen worden Ja, es ist auch sehr viel Handarbeit in den Blusen bei der Färberei Und daher ist auch immer wieder, jede Bluse hat eine andere Einfärbung Weil es sieht immer etwas anders aus Okay Und hier oben ist ein Schifferneinsatz, seht ihr? Mhm Das lockert das Ganze nochmal auf Und dasselbe jetzt auch nochmal hier unten im Abschluss Schick, schick Diese Bluse kann man kurz und lang tragen durch die Armriegel Ja, cool Dann kann man sie länger oder auch kürzer tragen, wenn man es gerne mag Also es ist sportlich und trotzdem schick Vor allem wo das Wetter jetzt macht, was es will, ist das praktisch Ja, es ist eine praktische Bluse Und das Tolle ist auch noch, man kann auch, wenn man möchte, einen Top-Ton untertragen und einen Schadon untertragen Und jetzt einfach ein Zirkel drüber tragen Also das kann man bei allen drei Blusen, was ich gesagt habe Und alles bei dir ist waschbar? Alles ist waschbar, genau Also das hier ist eine super schicke Fiskosenbluse Auch eine sehr hochwertige Markenware Diese Fiskosenbluse seht ihr auch mit diesen Binsen Das ist so ein bisschen verspielt, also richtig elegant rausgeholt Sehr leicht, also mit einem Hauch von Nix Stellwort Und man kann es wieder mal lang oder mal kurz tragen, wie man es gerne mag Die Farben sind auch sehr hübsch Man kann diese Hose auch mal auf eine A2G-Hose tragen Also diese Bluse auf eine A2G-Hose Ja, also wie gesagt, also für mich ist die Bluse im Hingucker Und weil ich auch ganz süß finde, auch hier diese grunden Knöpfchen Ja Sieht echt süß drauf aus Da gibt es mit der Bluse so ein bisschen diesen Kipp Ja Und dazu habe ich den nochmal ausgewählt, diese hübsche Kette Ja An zwei geflochteten Bändchen mit Kette Für 19 Euro Das ist richtig toll Ja, diese ist auch von der Kollektion Mona Auch wieder Handarbeit, ne? Das ist auch wieder mit Hand eingearbeitet, ne? Und auch mit geflochten, auch mit der Hände Also es ist richtig toll gearbeitet, finde ich, ne? Also diese Bluse 9 Euro, diese Fiskosenbluse Ist aber auch wirklich ein Hingucker, fast bügelfrei Also man braucht die ganze Bügeln Die können trocknen, trocknen mit der Hand ziehen Also es ist wirklich ein super Bluse Man ist zu jeder Gelegenheit angezogen Sogar wenn ihr im Büro geht, ihr seht immer schick aus mit der Bluse Ja, hier seht ihr auch eine ganz schick getalierte Bluse Kurz geschnitten Sieht auch mal ganz toll unter Bläser aus Besonders hier dieser Atlas-Ausschnitt Hier oben steht Kragen Den man aber auch einfach so tragen kann Man kann es wirklich so rüberziehen Und dann hat man eine ganz ravinierte Bluse Also den Kragen kann man wirklich so nach vorne ziehen Ja, und dann ist es so ein bisschen frecher Ja, diese Bluse ist auch eine ganz hochwertige Markenware Mit Fiskose Kommt 29 Euro Dazu ist passend Eine Kette für 14,50 Euro Schicke Kette Das passt auch richtig toll Und die Bluse hat noch ein Viertel haben Die kann man auch noch länger machen Also es ist einfach ein Hingucker Es ist richtig toll geschnitten Schön figurbetont Also einfach schick Und das für 29 Euro Und das für 29 Euro Auch hier hat man eine sehr schöne Bluse Auch eine gute Markenware Mit Fiskose Diese Bluse hat hier oben kleine Pailletten Wie ihr seht Hier sind viel mehr Straßsteinchen Nicht pailletten Straßsteinchen Die sich auch hier nochmal wiederholen Also es ist richtig schick und elegant gearbeitet Auch die Farben sind sehr klar Also kommt so richtig toll rüber Hier sind auch nochmal so kleine Steinchen mit eingearbeitet Das sind so richtig schöne Feinheiten Ja, diese Bluse ist auch reduziert Von 59 Euro auf 39 Euro Auch einfach ein Hingucker würde ich sagen Ist immer mit gut angezogen Passend dazu haben wir hier nochmal diese Kette gewählt Mit den Vöbeln Weil die sehr schön harmoniert Mit der Bluse und auch mit den Farben Nun und auch diese Fiskose Bluse ist auch reduziert Von 39 Euro auf 29 Euro Was ich auch ganz toll finde Die sind erstmal ein bisschen satiniert Also glänzend Und hier mit diesen kleinen Nadelstreifen in Goldgelb Ich glaube wenn du mit dieser Bluse schön essen gehst Dann ziehst du voll die Blicke auf dich Ja Weil das glänzt richtig im Licht Und dann bist du der totale Hingucker Ja ist es auch Ja Und wie gesagt Das sind überwiegend alles Einzelstücke Deshalb sind die auch reduziert Also Fiskose Bluse von 39 Euro auf 29 Euro reduziert Alles Einemachen Auch hier nochmal die Fiskose Bluse Wie ihr seht Mit grünen Nadelstreifen Diese Bluse ist auch wieder reduziert von 39 auf 29 Euro Der hat ja auch wieder diesen Glanz-Effekt, ne? Mhm Das ist auch den Glanz-Effekt Also sie ist jetzt ungefähr die gleiche Richtung Nur in anderen Farben Mhm Ja und hier seht ihr nochmal diese Bluse von 39 auf 29 Euro reduziert In der Farbe Beere Hier sind die Nadelstreifen etwas breiter gearbeitet Ein bisschen asymmetrisch Und hier nochmal die Längs Also das macht auch eine super tolle Figur Also wie gesagt Einfach nur ein Hingucker Zu guter Letzt Gibt es diese Bluse von 39 Euro auf 29 reduziert Nochmals in der Farbe Lila Ach schon so ein bisschen anders Mhm War ein bisschen enger, ne? Diese Nadelstreifen Aber so der Schnitt ist der gleiche Ja 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 Ja